Ich bin auf jeden Fall so ein bisschen Schaden. Ich hab gedacht, da kommt dieser Blitzstrahl aus. Äh, hab ich keine Quart... Ja, juhu, sie ist eh tot. Okay, das bringt gar nichts. Dann bleibt nur eine Möglichkeit. Nahkämpfer segnen, reinlaufen, hoffen, dass alles stirbt. Und, äh, ja. Och, was, warum nicht? Ja, komm her. Nahkämpfer. Seid ihr 3er, ich mein ihr 4er. Wir machen alles drüber und hoffen, dass das funktioniert. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es funktionieren wird. Aber man kann ja nie wissen. Ja. Ja, jetzt habe ich mir noch ein bisschen langsam zum Glück, wird das in der Zeit auch schneller. So, manche des Mutes. Würdet ihr damit aufhören? So, wir werden elendig verrecken. Wir werden sowas von elendig verrecken. Vor allem, weil der Zwerg mich zwischen dir noch nerven wird. So, wir haben alle 4 angewählt. Wir speichern, wir laufen da jetzt rein. Natürlich. Ja, 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 also die Freunde, bla bla bla. Lass mich in Ruhe, wir töten hier nen Priester. Ja, ja, wir möchten gerne, dass du hier mal so weg hier bitte, entfernen. Fertig. So, lauf da rein. Tötet Priester, bitte. Oh, sie zaubern auf alle das gleiche und ich sehe es gar nicht. Was ist denn hier? Ach ja, und vor der Siebel ist auch noch alles, wie ich das gerade sehe. Also, ob wir zurückziehen, ist es zu spät. Und Feuerwehr reinzuzaubern auch. Boah, wie soll man das machen? Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Wie war ich da? Also muss ich hier nicht gerne, auf jeden Fall, äh. Ja, dass ich nicht weiß, dass ich es machen werde. Schluckt extra, ist mir egal. Ja, es ist fies, es ist unfair. Ich würde mal gerne wissen, wer sich das ausgedacht hat und wie man das machen soll. Und ob es dafür Zauber gibt. Ja, die Idee mit der Todeswolke war schon gar nicht schlecht. Aber wir können auch, ah nein, dann müssen wir die ja können. Mal erstmal, kann ich das dann auch? Ja. Äh, welche Zauber haben wir denn von höheren Geraden? Heilung, nein. Verraschers Lebensentzug. Äh, nee. Abidazims abscheuliche Austrocknung, nein. Was ist das denn? Sphäre der Dispizion, nein. Hul der Unverwundbarkeit. Magie durchdringen, eine Hul der Unverwundbarkeit hält leider noch nicht lang genug. Ja, wir müssen das mit Feuerbällen und Todesstinkwolken machen und dann funktioniert das vielleicht, weil wir die Diebe irgendwie weg haben müssen. Das Problem ist nicht die Magier, sondern die vielen Diebe, die mich daran hindern, an die Magier ranzukommen. Okay, dann müssen wir jetzt ruhen. Habe ich vorher gespeichert, ja, was an Glück. Ja, 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 interessiert mich überhaupt nicht. Oh, Mann. Laden, Laden. Ich habe nicht die Mittel, um gegen die zu kämpfen. So, wir sind gesegnet. Alles möglich, ja. Das Zauberbuch ist schon richtig so. Ja. Äh, wir fertigen. Ich mache die Schriftrolle an. Ja. Fünfter Grad. Todeswolke. Gruppe hat Gold eingebüßt. Ach so, man müsste dafür nur ein bisschen... Dann speichern wir nochmal. Dann ruhen wir. Oh, nein, nicht schon wieder. So, lang, lang. Könnte ich bitte mal keine Necomancer dahin bekommen? Hm, das erinnert mich an einen heroischen Kampf, den wir beim Brettspiel mal hatten. Mit Necomancer. Oh, Mann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Ich weiß nicht, wie wir hier weiterkommen, sondern... Hm, gehen wir hier raus und müssen erstmal woanders hin, bis wir Stufe 8 Millionen sind, um hier irgendwie überleben zu können. Oh, warum? Oh, ja, oh, ja. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Oh, ja, 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 oh, ja. Oh, ja, 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 oh Ich bin ganz ohr. Wie bespeichern? Jetzt muss man merken, dass ich Schriftrollen erstellen kann, dann kann ich das öfter mal einsetzen. Äh, ja. Du stehst da. Ist mir egal. Auge. Hauptsache, bis hierhin kann ich zaubern. Wieso bewegst du dich, wenn du da hingucken kannst? Boah, du bist so ein dummes Stück. Okay, ich kann da nicht rausgehen, also muss ich ihn wieder mit den Fernkämpfern klicken. Ja? Mönch, Katz, seinen Bogen vermusen. Doch, Mönch, Katz, seinen Bogen. Hier, zeigt mir, wohin? Schwerter statt Wörter. Wieso lauft ihr auf ihn hin? Bin ich einfach laufig? Ah, warum? Wollt ihr mich stützen? Sein Zauberbeter wird nicht... Was? Was soll sowas denn? Ihr habt den 10 Millionen Mal getroffen und sein Zauberfilm mir ist nicht fair. Jener Schatten hat mal seinen... Stürz dich in mein Schwerstböses, solange du noch gertest. Ich sehe das überhaupt nicht ein. jetzt geben wir halt sich jetzt im Nahkampf aber ihr Priester ihr seid so mega ätzend jeder der zusieht glaubt mir es ist so ätzend in dieser Situation wieso können das nicht so zwei oder drei Riesen sein oder so was so leichte Gegner halt oder Gegner die besiegbar sind ich bin ganz ohr wie befallen Auge komm her ich muss die Feuerbälle irgendwie da reinwerfen ohne diesen Zwerg da zu aktivieren das ist vermutlich das größte Problem so hier haben wir das da stehen jede Menge Diebe zwischen ihr habt gerufen das heißt es wäre gut wenn ich den Feuerball hier so hinschießen könnte ohne dass du dich bewegst sehr gut schön in Kürtus äh Schadenspunkte beim Priester ne beim Priester wollte ich eigentlich keinen Schaden könntest du da bitte Netze hinzaubern könntest du da sehr viele Netze hinzaubern dass wir da rumgehen können und vielleicht nur die oben angreifen müssen wir halten auf jeden Fall einen fest wir halten auf jeden Fall einen fest wir machen die Feuerbälle auch nicht so viel Schaden wie sie machen sollten sie sollten was sogar gut wird machen sie Rettung zu jedenfalls jede Menge von denen festgehalten wenn ich das vielleicht so machen dass ich die hier unten mit den Netzen festhalten hier oben rumgehe die oben wegtöte und mich dann später um die unten kümmer 2 2 2 3 3 3 4 4 5 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 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 9 10 6 7 7 9 9 10 8 9